Musik Und hier mit Herzen willkommen YouTube, wieder bei uns, meinst du noch Jackson, willkommen zu meiner neunten League of Legends Live Commentary, heute mit meinen Mates. Zwei von ihnen sind dabei, die kennt ihr alle, also brauche ich die kaum noch vorstellen. Aber ich tue es trotzdem, Dennis und Chris sind dabei. Einmal der Hobbypolizist im Jungle und der... Ah, jetzt müsste ich eigentlich den Spruch von dir erwarten, aber das machen wir wahrscheinlich erst, wenn wir gewonnen haben. Schade. Ich spiele Nidalee in der Mitte. Habe ich im Stream in letzter Zeit auch öftig... Höftig, höftig, genau. Häufig gespielt. Und das geht eigentlich ganz gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie ist zurzeit wieder in der Mitte available, um ganz ehrlich zu sein. Das machen wir jetzt ja auch. Ich habe mal den Skin genommen, den ich so auf meinem Account leider nicht besitze. Leider, 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 leider. Ich finde den schon fast geiler als den, äh... Den, den neuen Skin, der von ihr rausgekommen ist. Ich weiß, hier sehen die Sperre nicht... Oh, hier sehen die Sperre nicht so aus wie bei, äh... Wow. Wie bei, ähm... Dem Skin. Aber... Der hat schon ziemlich Swag. Er hat Swag-Overload. Hallo, und Chris, haust du mir dann schnell einen Sperre rein? Du hast doch deine Püppchen, ey. Ja, ich habe es gerade ein bisschen verpasst, weil ich, ähm... Ja, mal wieder die Hand in der Hose hatte, ne? Natürlich. Wie immer. Das bist du selber schuld. Außerdem habe ich mein Trinket vergessen. Mann, du bist so ein Held, ne? Ich bin leicht angetrunken. Das soll ich mir verziehen. Ja. Heute ja. Heute ja. Mhm. Da ist ein Ward dran, denk dran, Dennis. Okay. Ach, der fängt gar nicht beim Blue an. Auch mal ein Trink. Das ist eine Überraschung. Okay. Oh, fuck. Oh. Ach, komm schon. Dann fände ich ihn ja beim Blue ganken, quasi. Wenn er da hinkommt, ja. Ah, natürlich macht er das. Wartest du irgendwas anderes? Starkes Ding, Chris. Starkes Ding. Ja, ja, ich hatte mein... Dead Reactions, like a pro. Ich hatte meinen Sprung noch nicht ready. Ja, aber auch nix. Ich gehe nämlich direkt... ...dein Blöden. Zum Dragon. So will ich das sehen. Guter Einsatz von dir. Von Herr Brotzen. Das meine ich. Die ist halt einfach ein Obeyable. Aber eine Morgana mit... ...mit zwei Fehn-Dinger in der Mitte. Der hat so die typische Chris-Taktik vor einem Jahr. Oh, voilà. Oh, Digga. Die haben auch einen Schocko? Ja, ja, die haben auch einen Schocko. Macht er dich? Nee, nee. Hast du den Blue gestealt? Ja. Wie, du hast jetzt echt den Blue gesteilt? Boah, du bist... ...du bist ein richtiger Stecher. Diesmal hat er wenigstens dein Mikrofon gemutet gehabt, oder? Ja, ja, klar. Ich werde das nie vergessen, Chris, ne? Ich werde das nie vergessen. Wir sind gar nicht im Stream. Ja, auf deinem Video. Auch im Stream war gerade was ganz, ganz anderes relevant. Das hast du mir immer noch nicht erzählt. Erzähl mir nicht. Nein, das, 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 das lade ich irgendwann separat hoch. Nein, 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 ich würde das schon hören. Nein, wirklich. Das muss... Das muss... Das muss... Ja, das... Nein. Ich schwörst, ich hab so hart geheult, ey. Wir haben alle geheult. Ich hab ein Bild davon gemacht. Ich schicke euch das mal beizeit, ey. Was ich danach aussah, ey. Dein Ernst? Hast du ein Selfie gemacht, oder was? Ja, ich hab wirklich mal ein Selfie gemacht, ey. Und ich fühl mich nicht mal schlecht deswegen. Ich weiß nichts. Ah, mach nichts. Meine Güte. Ich glaub, mit Unwissenheit lebt es um der Sache besser. Soll ich gleich mal auf den Bot kommen? Kannst du ruhig. Thresh fehlt übrigens. Ja, dann komm ich mal. Geh weg, Alter. Hier ist bestimmt irgendwo der gegnerische Spacko, ey. Schackos Mitte. Ach, cool. Ich hab grad seinen Links gesehen. Meidig. Signal. Hier. Okay, da ist er noch. Was heißt BM, Chris? Übersetz mal. BM ist so... Wie so ein Throw. Das sagt man bei Hearthstone zum Beispiel. Wenn man eigentlich gewinnt und in derselben Runde noch finishen kann. Und dann vergisst es zu machen. Und dann... Ja, genau. Aber nicht so aus, als würde sie gerade gewinnen. Nicht wirklich. Was denn? Den ist erst in der Mitte. Ich konnte leider ihren Hund nicht kriegen, deswegen weiß ich nicht, wann der wieder abkommt, aber... Kann ja nicht ewig sein. Hat die Morgana keinen Bock mehr, oder was ist hier los? Oh, das... Boah, Schacko war einmal im Jungle. Hm, Schackos top. Hm, komm hier auch mal hin. Kriegst du ihn noch gesaved? Oh, er spielt auch noch mit Ignite, ey. Ach, du auch. Ja, aber er hat... ...me Box gestellt. Der Sack. Ich hab kein Ignite dabei. Äh, beziehungsweise hab ich das vorhin an... ...wein verbraucht. Oh. Vielleicht nicht jetzt, ja. Hm. Will die Vayne mir Hallo sagen, oder was wird dat? So aus. Ich geh mal schnell B. Vielleicht kann mir schon den übergroßen Dildo-Stab des Lichts kaufen. Was natürlich sehr wichtig ist. Oh, das wird mich ärgern, Chris. Die Morgana kommt zu dir. Bitte mach da jetzt keinen Miesen. Ja, deswegen mach da bitte keinen Miesen. Ja, und jetzt kommt die Quinn. Sag mir bitte, du hast Mana für'n Kuh. Gleich. Was heißt gleich? In... So, circa 10 Sekunden. Oh, oh. Ich hab's dir noch gesagt, Mann. Das ist so klar gewesen da oben, ne? Ding. Vor allem, ich sag noch, meine Lane kommt hoch, ne? Yes. Wunderbar. Naja, ist klar. Läuft. Ah, unser Blue ist ab. Ich hol mir den mal eben. Wenn du erlaubst. Nimm die ja, nimm die ja. Dann ist er aber grad bei seinem Red. Wie's aussieht. Da kannst du gleich nach ihm laufen. Weil er... Oh, muss der der ist nicht. Keine Ahnung. Dann können wir ihn beim Red. Ich bin auf dem Weg. Rumble hat oben keine Probleme. Ah, Thresh ist wieder da. Na, da ist Morgana. Ah, guck an. Siehste? Komm rein. Hat ne... Box gestellt. Morgana hat zu einer Zeit gebootet. Wenn du mir hilfst, haben wir den gleich. Ab ihn. Okay. Danke. Ah, clean wir den gleich. Hm, hinter dir. Ja, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Mach sie bitte. Rech mich. Ah, die hat sich geflasht. Ich hatte keinen Mana mehr. Hab immer noch keinen Mana. Klasse. Fuck it. Damn. Ja. Jetzt hat die meinen Blue. Überhaupt nicht cool. Ah, den hole ich mir wieder. Den hole ich mir auf jeden Fall wieder. Alles gut. Schoko bei seinem Blue, siehste. Oh, der ist gerade mal Level 4. Ja, ich bin Level 6 jetzt. Ich glaub, den geh ich mal auf den Sack. Ja, mach das mal schnell. Halt dir mal schnell davon ab. Den mach das schon zu schnell. Der ist Hammergleich. Der wird gleich zu den Wäldern weitergehen. Ja, meinst du? Ja. Stark. Oh, leck mich an die Füße, ey. Oh, ne. Zum Ding. Der wird. Der geht zum andern Ding, ja, ja. Geist. Ich hole mir jetzt erstmal die Dings hier. Komm gleich in die Mitte rein. Komm mir noch schnell in Red. Boah, nicht schon wieder, ey. Oh, ne. Ich hätte mir einen Mana-Port holen sollen. Verdammt, der Axt. Kako ist auf der Port, oder? Kriegst du die, Alde? Ach, shit. Ja, kriegst du nicht. Oh, fuck. Kako ist tot, oder? Nee. Nee, der ist noch hier unten. Mann, ich werf die Dinger auch heute, ne? Meine Fresse, ey. Incredible. Oh, da kommt was. Ja, den krieg ich noch. Ja, den kriegst du nicht mehr. Ah, ich hab keinen Fall an, meine E. Stopp. Hier rennt Ultra-Lovers rum. Ja, aber ich auch. Und hier kann man auch noch mehr. Warte, warte, warte. Frage, wo die langläuft. Ach. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Boah, ich bin jetzt so behind, ne? Oh, nein. Die hat mich gecampt. Die. Es läuft gerade gar nicht so, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Das wird noch. Ja, das sowieso, aber. Wisst ihr, für die Zuschauer, es ist immer am Schmackkasten, wenn du nach der 5. Minute 10.0 stehst oder so. Das ist ja immer spannend. Das ist ja viel geiler. Ja, das war eben noch. Du bist. Was sagt er noch mit Gozo? Was? Irgendwie hat auch ein Spruch von Gozo gerissen über dich. Ah ja, genau. Dass jemand in 24 Stunden oder 27 Stunden Diamond von Null auf Diamond packen kann. Oh. Ja, und ich hab gesagt, dass ich das in der Zeit nicht schaffe. Und dann war das als Ausrede gedacht, weil der Gozo schafft das ja und ich schaff's nicht. Tja, ich bin leider kein Challenger-Spieler. Sorry. Ich hoffe, er hat mich trotzdem nicht. Danke. Die Mitte durchpuschen. Die Top ist schon durch. Mein Klon. Brauchst du gar nicht. Ja, geht schneller. Was ist denn? Ach, du Kacke. Okay. Oh, hat er sich das sicher nicht vorgestellt. Oh, danke. Und noch wegen Mana. Ja, okay. Der Tower ist down. Man, Eddie fliegt aber auch so komisch, diese Kuh, ne? Komm mal nochmal zu seinem Red. Der ist doch noch nicht da, oder? Der ist wieder ab. Echt? Oh, ne, der hat ihn gar nicht gecleared. Ich mach unseren Blut. Last Hit Master. Das war richtig hart, ey. Ich bin mal kurz weg. Der wird gleich versuchen, die Mitte durchzupuschen. Aber bis dahin bist du vor dich, oder? Ich will das mal nicht. Starkes Ding wieder mal von mir. Shaco war um. Oberer Hälfte des Jungles. Shaco. Ja, 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 ja. Ich hab hier ein SS. Ich geh auf die Bot. Hilf da aus. Dennis, wenn ich da bin, kannst du den Fuß setzen? Ich hab gerade Cooldown drauf Ich bin auch erst in ein paar Minuten da Ach so, in ein paar Minuten Siehst du ja, ich bin auch nicht Starkes Ding Ach, jetzt hör aber auf, ey Arsch Einmal Ich muss raus Wort für euch Organa spielt auf jeden Fall nicht schlecht Auch gut gefahren Unsere zum Glück Ja, aber du, also ihr könnt euch jetzt nicht bespielen Ey, die Sache, die spielst du da Der Blue ist wieder da Ja, nee, das hab ich kompetenterweise bin ich gesu- äh Awarded Awarded Ja, ich hab das mal ein-checkt, aber wenn ich rausge-checkt bin drauf Komm zu dir, Chris Bin eh, gestohrt Minions haben mir 355 Schaden gemacht, nicht schlecht, ey Leck mich doch am Fettchen, ey Ja, der ist jetzt zu schnell beim- Ja? Ich hab Bauchweh Wie, du hast Bauchweh? So trainiert man neuerdings einen Sixpack, weißt du doch Mit Kacka? Nein Oh, der Damage von Rumble, nicht mehr normal Oh, nice Wow Nice gemacht, yo Ja, Rumble macht auch verdammt viel Schaden, er steht auch schon 6-1 jetzt Nice Schön, dass du schon Blue hast und nimmst dir den nächsten auch direkt mit, danke Du weißt, dass Schakko tot ist, du hättest... Du hast den letzten Mal genommen Hast du nicht Morgana? Nee, stimmt Stimmt Kommando zurück Ah, schade Weiß ich doch Schakko ist hier? Ja, aber nicht wenn alle live sind Ja, die Bot ist beschäftigt Morgana ist auch beschäftigt Mit meinem Double könnte ich schnell schaffen Oh, fuck Bot ist, äh... Oh, schade Hi, I'm over Dennis, komm Nein Du bist so ein Wichser, ne? Das Ignite wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen Oh, doch ein bisschen Danach gleich Dragon Wenn es ist hier noch live Wie er immer über alles rüberspringen kann Was stimmt denn bei diesem Rumble nicht, ey? Der macht so viel Schaden Hier ist ein Schakko Oh Na, der ist rübersprungen, oder? Nein Ach, bloß Der ist bestimmt zurückgesprungen, ey Der kann ich sehen Das ist seine Box Geht, meine Box Der Schakko kann aber nix halten Der ist zwei Level unter mir, der Junge Kein Mana für die Kacke Boah, was war das jetzt von mir? Die wusste auf jeden Fall, wie es geht, ey Fuck Aion So, ich muss jetzt erstmal wieder Meine Sachen richtig belegen Die da wäre? Äh, ich hätte dich mit meinem Gebirgspanzer retten können Du bist ein Stück Scheiße Mit zwei Augen und nem Tanga Und ich drück eins die ganze Zeit, wie du es vielleicht nachher in die Aufnahme sehen willst Du Hore Hore, du dumme Hore Ich hab das Schild gewordet bei dir, anstatt dir die Gebirgspanzer zu geben Und ich frag mich, warum das Schild nicht rauskommt Hast du schon mal mit Softtonic Profil? Oh, haben wir gar nicht gerade an mir vorbeigelaufen, ey, da hatte ich jetzt Glück Okay, das ist wieder alles, aber was ist das? Schick den Leichenlink, okay, du kannst es downloaden Ich fang schon wieder an, zu bein Noch hab ich nen Red Green Ich kann grad nicht Oh, 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 oh In 50 Sekunden geht ihr in Ruhe ab Scheiße Mann, ey, ich feed grad voll rein wegen dem Scheiß Ich hab grad auch die Minions getankt bis zum Verrecken Ich bin nicht bewegungsunfähig Ich bin nicht bewegungsunfähig Nicht bewegungsunfähig Nein, ich könnte die alte machen, ey Nein, die Minions jetzt killen Er hat mich... Nein, er hat nachgeflasht. Der Arsch. Mein Gott, dreh dich doch! Oh, ja! Ich versteh nicht, warum sie sie weggekickt hat. Ja, die hat jetzt nicht mit den Schilden gerechnet. Oh, ciao, Dennis. Hau rein! Bye-bye! Ich heil dich! Ah, ein bisschen zu spät. Ja, okay, jetzt sind wir aber quitt. Ah, jetzt kommt Rumble und jetzt geht's ab. Ich würde sagen, jetzt ist erst mal Party. Alter, das ist echt toll, ey. Morgno Zamias. Ja, das ist super. Why is no one helping me? Trollar, da rein. Corsiolo, oh! Die krieg ich noch, eh. Nee. Nee, 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 nee! Ah, ich sparte jetzt. Der war gut. Der war unvorhersehbar, ne? Der, der war gut. Der war unvorhersehbar, ne? Man! Ich bin auf dem Weg, Alter! Ich werd grad so ausplayten. Das glaubt mir keine Sau. Yeah! Ha, 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 ha! Oh, echte jetzt. Qu-in und Ding! Kriegst ich? Nö. Morgana traut sich gar nicht. Oh, 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 oh! Nein 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 nein, nicht die Veiln! Der! Neiin! Hau ab, hau ab, hau ab,이�. YOLO-Mod, pass auf, ich snipe die. Snipe! Oh crik, keine Sacrosi. They want that. Fuck. Oh, wir haben auch eben schon. Oh. Schade. 20 Minuten Game oder was? Ja. Ja, war nicht ganz so viele geile Speere, aber Dennis, weißt du, was jetzt kommt? Victory, ach, das ist dick, ich Arschloch. Oh, Mann. So, ich download mir jetzt Softtonic, ne? Bis morgen, Jungs. Ciao. Schmerz dir. Ich gar nicht mehr. Jetzt schick mal den Lick, ey. Nochmal, ciao.